Eine schwarze Kassiererin bedient den armen kleinen Jungen seit zwei Jahren. Eines Tages hinterließ er ihr 70.000 Dollar Trinkgeld und einen Zettel mit der Aufschrift Lena. Lena, eine Afroamerikanerin mittleren Alters, arbeitet in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in New York City. Sie hat einen interessanten Stammgast, einen armen, jungen Namens Max, seit zwei Jahren. Manchmal kommt Max in den Laden, um sich freundschaftlich zu unterhalten. Manchmal, um mit zusammengekratztem Kleingeld die einfachsten Dinge zu kaufen. Lena ist von der Bescheidenheit und dem Mut des Jungen angetan und schenkt, ihm oft eine kostenlose Mahlzeit oder übernimmt die Kosten für das Nütigste. Eines Tages halte das stetige Klingeln der Eingangsglocke, durch den kleinen Lebensmittelladen in der Nachbarschaft. Lena, eine Frau mittleren Ortes afroamerikanischer Abstammung, schaute von der Kasse auf und sah, wie eine kleine, schmächtige Gestalt im Quietschenden-Vornschuhen über den Linoleum-Boden lief. Es war Max, ein zehnjähriger Junge mit Sommersprossen auf der Nase und einem Kopf voller wilder, kastanienbrauner Haare. Max war ein Stammgast und kam oft in den Laden, um Brot und Milch von Ware Essentials zu kaufen, wobei er Ersatzketten mitnahm, die er irgendwo aufgetrieben hatte. Lena arbeitete seit über einem Jahrzehnt als Kassiererin in diesem Geschäft. Sie war eine zuverlässige, warmherzige Frau. Ihre Haut hatte eine tiefe Kakaofarbe, ihre Augen waren voller Freundlichkeit. Sie hatte eine Schwäche für all ihre Kunden, aber es war Max, der, sich irgendwie mehr als jeder andere in ihr Herz geschlichen hatte. Er hatte einen Geist an sich, der sein zartes Alter, und seine verzweifelte Situation trotz seiner Umstände Lügen strafte. Es hatte ganz einfach angefangen, da Max nicht genug Kleingeld hatte und schüchtern, an Lenas Kasse herangegangen war, ohne einen zweiten Gedanken zu verschwenden. Lena hatte seinen Mangel gedeckt, indem sie dem Jungen nicht, erlaubte, ohne das Notwendigste nach Hause zu gehen. Max' dankbares Lächeln hatte sich in Lenas Herz eingebrannt, und das, schlichte Danke des Jungen halte lange in ihren Ohren wieder. Mit der Zeit wurden diese Ereignisse häufiger, und Lena, freute sich auf die Besuche des kleinen Jungen. Max erzählte Geschichten von seiner Zeit in der Stadt, und den verschiedenen Menschen, denen er begegnet war. Lena strahlte vor Leben und hörte aufmerksam zu. Ihr Herz schmerzte wegen der Nöte des Jungen, doch inspiriert von seiner Widerstandskraft, deckte Lena jedes Mal, wenn ihm das Kleingeld fehlte, die Differenz ab. Ihr Herz weigerte sich, den Jungen hungern zu lassen. Ihre Bindung war ungewöhnlich. Das ungewöhnliche Duo, eine Kassiererin mittleren Ortes und ein kleiner, verarmter, sie sah in seinen Augen eine Entschlossenheit. Die sie nur allzu gut kannte. Es war dieselbe Entschlossenheit, die sie angetrieben hatte, ihre alternden Eltern zu unterstützen, und davon zu träumen, eines Tages ihre eigene Bäckerei zu besitzen. Während sie Max dabei beobachtete, wie er durch die engen Gänge, des Ladens schlenderte, erschien ein Lächeln auf ihren Lippen. Das Leben war eine seltsame, verwirrende Reise, und niemand, konnte voraussagen, was die Zukunft bringen würde. Aber solange Lena hinter dieser Kasse stand, wusste sie eines ganz sicher, sie würde alles tun, um sicherzustellen, dass Max eine Zukunft hatte, die weit über Brot und Milch hinausging, eine Zukunft, die sein Herz inmitten von Brooklyn erfüllen würde. Lena war in einer eng verbundenen Familie aufgewachsen. Sie hatte immer eine tiefe Verantwortung für ihre Eltern gespürt, als deren Gesundheit nachließ. Sie opferte ihre eigenen Träume, um für ihre Bedürfnisse da zu sein. Die kleine Wohnung mit ihrer abblätternden Farbe und den knarhenden Böden war ein Zeugnis dafür, dass sie ihre eigenen abgenutzten Möbel geopfert hatte, stille Zeugen ihrer unausgesprochenen Träume. Lena hegte schon immer eine große Leidenschaft fürs Backen. Der Duft von frisch geknetetem Teig-Urnille-Essenz, war für sie beruhigender als jedes Schlaflied. Als kleines Mädchen hatte sie davon geträumt, eine Bäckerei zu besitzen. Einen Ort voller Lachen, Wärme und den Duft köstlicher Bugwaren. Doch im Laufe der Jahre, während ihre Eltern immer mehr Fürsorge benötigten, wurden diese Träume, wie ein altes Rezeptbuch tief in ihrem Herzen vergraben, wartend auf ihre Zeit. Während die Stadt von einem der härtesten Winter aller Zeiten, heimgesucht wurde, besuchte Max Lenas Laden immer häufiger. Die eisigen Winde und sinkenden Temperaturen machten das Überleben, für den kleinen Jungen zu einer täglichen Herausforderung. Als Lena seine Notlage erkannte, konnte sie den Gedanken nicht tragen, dass Max mit nichts als, einem Leibbrot und einer Flasche Milch in seine kalte, heruntergekommene Wohnung zurückkehren würde. Von Mitgefühl getrieben, begann Lena jeden Tag, eine warme Mahlzeit für Max zuzubereiten. Es war nichts Aufwendiges, aber für Max, bedeutete es mehr als nur Essen. Es war ein Stück Trost, eine Schüssel Wärme und ein Löffelfreundlichkeit, die nicht nur seinen Magen, sondern auch seine Seele näherten. Er betrat den Laden mit geröteten Wangen vor Kälte und fand Trost in, der dampfenden Suppenschüssel oder einem heißen gegrillten Käsesandwich, das Lena ihm anbot. Max' tägliche Besuche im Laden wurden zu Lenas Höhepunkt. Jede Mahlzeit, die sie für ihn zubereitete, erinnerte sie an ihre vergessenen Träume. Sie fand Freude daran, Max' plötzliches Verschwinden hatte, Lena auf eine harte Probe gestellt. Ihre vergessenen Träume erlangten plötzlich eine neue Bedeutung, und trieben sie dazu an, sie wieder zu beleben. Die Beziehung zwischen Lena und Max war über die gemeinsamen, Mahlzeiten und die Wärme, die sie einander schenkten, gewachsen. Doch plötzlich hörten Max' tägliche Besuche ohne Vorwarnung auf. Die kalten Wintertage zogen sich träger hin, und der unbesetzte, ektisch erinnerte Lena ständig an den vermessenen Jungen. Je mehr die Tage fangen, desto mehr Sorgen machte sich Lena. Sie fragte ihre Stammkunden nach Max, doch ihre Befürchtungen, wuchsen, als sie nur Kopfschütteln und Achselzucken erntete. Die strahlende Fröhlichkeit des Ladens schien in seiner Abwesenheit zu verblassen. Die Gedanken daran, was Max widerfahren sein könnte, füllten Lena mit Entsetzen. Gerade als Lenas Sorge drohte, sie zu überwältigen, klingelte es an der Tür, und Max kam herein. Er sah gesünder und glücklicher aus als je zuvor. Seine abgetragene Kleidung war einem warmen Mantel gewichen. Und seine Augen funkelten vor Freude. Lena konnte ihr Glück kaum fassen, als sie, den dicken Umschlag in seinen Händen entgegennahm. In seinen Augen spiegelte sich eine Mischung aus Aufregung und Dankbarkeit wieder. Lena war sprachlos, als sie den Umschlag öffnete und eine, beträchtliche Menge Bargeld und einen ordentlich gefalteten Geldschein fand. Beim Lesen der Notiz begann ihr Herz in ihrer Brust zu klopfen. Max schrieb, dass Lena ihm mehr gegeben, habe als nur Essen und Freundlichkeit. Sie habe ihm Hoffnung geschenkt, und das sei unbezahlbar. Die Situation überwältigte Lena, als sie den Geldstapel, betrachtete und dann zu Max schaute. Sie war unfähig, ein einziges Wort gegenüber den anderen Kunden auszusprechen. Max erzählte ihr, dass er mit einem gefundenen Lottoschein einen, erheblichen Betrag gewonnen hatte, der sein Leben veränderte. Er hatte sich entschieden, einen Teil seines, neuen Reichtums mit Lena zu teilen. Dieser Akt der Freundlichkeit und Dankbarkeit erstaunte und demütigte Lena zutiefst. Sie blickte auf den Jungen vor sich, das Kind, das so viel durchgemacht, hatte, und das ihr nun eine Lebensader für ihre Träume bot. Lena dachte an die Jahre, die sie an der Kasse gearbeitet hatte, an die Zeiten, in denen sie, Hoffnung gehabt hatte, und an die Träume, die sie aufgegeben hatte, um ihre Familie zu versorgen. Tränen stiegen ihr in die Augen, als Lenas Blick auf den lächelnden Jungen, und das Trinkgeld von 70.000 Dollar fiel, das er ihr gegeben hatte. Für Lena war es mehr als nur Geld. Es war ein Beweis für die Kraft der Hoffnung und Freundlichkeit. Das Leben von Lena und Max nahm nach, Max' großzügiger Tat eine bemerkenswerte Wendung. Max, der ruppige Junge, den Lena großgezogen hatte, hatte, ihr die Möglichkeit gegeben, ihre Träume zu verfolgen. Lena erkannte, dass ihre Verbindung nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine Lebensader in eine Zukunft war, von der sie gewagt hatte zu träumen, aber nie geglaubt hatte, dass sie sie erreichen könnte. Als die Überraschung über Max' Großzügigkeit zu einer warmen, Erinnerung verblasste, stand Lena am Abgrund ihrer Träume. Ihre Hände, die einst daran gewöhnt waren, eine Registrierkasse zu bedienen, hielten nun Baupläne und Mietverträge mit Klopfen dem Herzen fest. Sie nutzte Max' Geschenk, um eine alte Ladenfassade in Lienes Delights zu verwandeln, die Bäckerei, von der sie immer geträumt hatte. Die Bäckerei wurde zu einer Sensation in der kleinen Stadt, die Luft erfüllte sich mit dem Duft von frischen Backwaren. Das Lachen der Kunden und das Kassenläuten waren Musik in ihren Ohren. Die Menschen strömten zu Lienes Delights, nicht nur wegen ihrer, himmlischen Backwaren, sondern auch wegen der backenswerten Geschichte dahinter. Die Geschichte einer Kassiererin, die durch eine unglaubliche Tat zur Bäckerin wurde. Währenddessen erlebte Max eine drastische Veränderung in seinem Leben. Sein Lottogewinn ermöglichte es ihm, aus seiner heruntergekommenen Wohnung in ein komfortables Zuhause zu ziehen, sich an einer guten Schule anzumelden und Zugang zu Möglichkeiten zu haben, die er sich trotz der schwierigen Umstände nie hätte vorstellen können. Max blieb bescheiden und herzlich. Der Junge, den Lena zum ersten Mal getroffen hatte, besuchte Lenas Delights oft. Der Anblick von Lena hinter der Bäckerei Theke statt an der Kasse des Lebensmittelladens, zauberte ihm immer ein breites Lächeln ins Gesicht in seinem neuen Leben. Die Bindung zwischen Lena und Max blieb unerschütterlich. Lenas Köstlichkeiten waren ein Zeugnis ihres gemeinsamen Lachens, der, angenehmen Stille und des Funkelns in ihren Augen. Lena, einst eine Kassiererin, die davon geträumt hatte, eine Bäckerei zu, besitzen, stand nun mit Teig und dekorierten Kuchen da. Ihr Glück strahlte aus ihren Augen. Max, der einst ein kämpfender Junge war, saß nun bequem da. Sein Mantel wärmte ihn, seine Schuhe waren, neu und sein Herz war erfüllt. Ihre Freundschaft, genährt von Freundlichkeit und gefestigt durch eine gemeinsame Vergangenheit, war ein schönes Band, das sie teilten. Max' großzügiges Geschenk und Lenas unerschütterliche Freundlichkeit hatten eine Geschichte geschaffen, die die Herzen aller in der Stadt, berührte und sie daran erinnerte, dass aus Not und Kampf oft Hoffnung und Großzügigkeit entstehen können. Der Anblick von Lena hinter der Bäckerei Theke, ihr strahlendes Lächeln wie die Morgensonne, war ein Beweis, für die Kraft von Träumen und die unglaubliche Reise, die sie dorthin geführt hatte. Max fand sich in seinem neuen Leben wohl, und glücklich, was die Widerstandsfähigkeit symbolisierte. Er war ein Leuchtfeuer der Hoffnung und verkörperte die Freundlichkeit, die, ihre einzigartige Bindung im Laufe der Jahre gefestigt hatte. Dies blieb eine ständige Konstante inmitten des Wirbelsturms, der Veränderung im Herzen ihrer Kleinstadt. Lenas Delight wurde zum Symbol für Träume, die im, großzügigen Geist eines kleinen Jungen verwirklicht wurden. Während Lena und Max ihre Leben unwiderruflich verändert hatten, teilten sie, weiterhin ihre Verbundenheit bei warmem Gebäck und einem Lächeln. Dies war ein Beweis für die anhaltende Kraft der, Menschlichkeit und die Stärke ihrer unzerbrechlichen Freundschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020